Ja, da sind wir wieder zurück, bei UNO, richtig Bock drauf, kann mir nichts besseres vorstellen, um 20 vor 1, auf dem Mittwoch. Übrigens haben wir gerade getestet mit dem Facecam, das will leider nicht so. Ne, das funktioniert nicht, wir sehen leider nur Curry, aber uns sieht es sonst keiner. Und Erich hat gesagt, Curry sah aus, wie Google das im Nebel. Ist ja so, von einem Nebelschleiner. Ja, natürlich. Der Erich sah aus wie das, was du... Du alter Mann. Ich sah aus wie ein Testbild. Ja, du sahst aus wie das, was früher um 12 Uhr im Fernsehen lief. Ja, genau. Also DSF-Sportclips meinste, sexy Sportclips. Ja, ja, genau die. Ja, geil, Curry, geil, danke dir. Oh nein, ich hab den Erich neben mir, und die Pan, oh Gott. Ja, Curry, komm, gibt alles. Oh, ja. Nice, Curry, schön. Oh, Entschuldigung. Jaaa! Hauptsache, Pan sitzt nicht neben mir. Hauptsache, Tobi sitzt gegenüber von mir, damit ich in die Augen schauen kann. Das ist nice, Curry. Ja, ne? Siehste, Tobi, siehste. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, walking down the street. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen hier, oder was? Seid ihr noch alle Knussbeine, Bärne? Tobi, was ist denn los? Der Tisch wird jetzt fliegen. Hier, Tobi, kein Problem, du bist wieder dran. Komm, auf geht's. So war. Pretty woman, I believe. Und dann blau, weißt du. I believe. I believe, I can fly. Danke, Tobi, bist richtig. Ich hab mich grad gezogen, Erik. Es hätte schlimmer kommen können. Ja, da ist er. In my minute, every one a day. Spray my wings and fly away. Was ist denn mit ihm groß? Ich musste grad fünfmal hinhören, was das ist. I believe, I can soar. SONI! I believe, I can soar. SONI! SONI! SONI, au mon amour. SONI, hier, fahren, guck mal. Geil. Sorry, Erik. Ich will auch so ne gelbe Karte. Ich auch. Ja. Also ich mag lieber grün. Ja, und ich mag lieber gelb. Tobi, Tobi, hast du plus zwei. Das wirst du gleich sehen, Pan. Nein, er hat ne plus vier wahrscheinlich. Und ich mag meinen Penis. Das ist schön. 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 Was für ein Runny ist das denn heute? Wie geschieht mir? Gewinne drei Online-Partien. Dankeschön. Sieht so aus, als würde er sagen, hab ich mit gerechnet. Schon wieder? Hä? Hä? Diese Level sind auch so völlig nutzlos einfach. Hey, Pan, was geht ab? Hey, Kelly Wurst. Hey, Boys. Ich bin bereit, meine neue Runde. Hey, Diamers. Wer ist dran? Ach so. John Cena. Toll, danke Tobi. Ich muss jetzt mal ein bisschen. Ja, danke. Ach, Gabe, ernsthaft? Ja. Habe ich mir ausprobiert. Ja, toll, Pan. Hast ganz toll gemacht. Gelb ist das Pipi. Also, meins nicht. Was? Manni. Meins ist rot. Ich bin so spät. Curry lässt ihn mal den Stapel liegen. Schwarz und zähflüssig. Teer. Boah. Ah, ja. Es ist heiß und dampf, wenn es rauskommt. Ich muss meins abschneiden, wenn ich fertig bin. Ja, ja, ja. Ich kämpf einmal, was ich hab, das ist in den Raum. Die wacht immer viel schlimmer, ey. Ich mach selber, ey. Dann häng ich's mal auf zum Trocknen. Dann mach ich daraus Kupfnudeln. Oh, Mann. Ach so, hier. Ach so, hier. Oh ja, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Hast du bloß zwei, Erik? Wir lachen heute. Hm? Hast du bloß zwei, Erik? Äh, ne, dann nicht. Ah, schade. Boah. Erik, sag mal, tat sie wirklich genau so aus wie du? Ey, Erik. Ey, Tommy. Ja, du bist ein super Typ, komm. Das finde ich jetzt nicht gut. Vielleicht doch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was, mein Mikro ist kaputt? Der Mikro ist kaputt. Oh, ne. Oh, nein. I hate you. Tobi, ich fang's für dich ab. Wir sind Kumpels. Das ist gut. Danke. Hey, wir sind auch Kumpels. Tobi darf gewinnen. Tobi darf gewinnen. Tobi darf gewinnen. Tobi darf gewinnen. Gönn ihn doch auch mal was jetzt. Ne? Was? Ja, ich gönne Tobi immer alles. Tobi, komm, welche Farben brauchst du? Ja. Ja, das war richtig. Mach irgendwas, keine Ahnung. Ich werde das Zettel. Okay, ja, gut, hier. Hey, ja, geil, Liga, da. Das ist allem so geil, ey. Ich dachte, ich war so sicher, er hat den Plus 4, ey. Ja, dachte ich auch. Nein, aber ich hatte gelb. Ah, siehste, siehste. So, komm hier, leg mal grün. Kein Problem. Ah, super. Das ist ein schönes Kampf. Hey, fahren, das machen wir so nicht mitfahren. Komm, hier nochmal. Tobi, jetzt aber kein Plus 4 mehr legen, ne? Ja, da. Alles klar, Erik, mach ich nicht. Auch schade, ich dachte, die kommt jetzt. Hier, rot, ne? Rot ist auch schön. Rot ist schön. Gelb ist besser. Hä? Oh. Oh. Okay. Dann halt nicht. Nein. So, was wollt ihr auch haben? Gelb. Gelb. Tobi? Auf keinen Fall rot. Tobi hat rot gesagt. Der letzte Lach zu lang, äh, zuletzt. Was? Was? Tobi, ich hoffe, du gewinnst. Der letzte Lach zu lang. Äh, zuletzt. Ey, bald! Was brauchst du, Erik? Oh, ne, kann ich ja gar nicht entscheiden. Hä? Hast du dich? Entgegenklopft, Tobi? Tobi, komm, jetzt hau raus. Nee, das ist jetzt nicht so geil. Das ist jetzt vielleicht noch relativ geil. Äh! Äh! Nein, bitte nicht mal ein bisschen. Was ist los, Tobi? Oh mein Gott! Ich hab da unten gedrückt, aber es ging nicht weg. Ich dachte, ich hab nur U-Not. Hast du gerade 2 plus 4 bekommen, wann? Ach komm, Tobi, komm auch raus. Hast du wohl. Sonst hättest du niemals, oh mein Gott, gesagt, 1 plus 4 ist dabei. Hä? Das ist halt nicht geil. Pan, wenn du leicht ne plus 4 legst, ne? Ja, dann? Dann hast du einfach gelogen. Achso, ich dachte, dann hast du auch eine. Dann siehst du, du hast nämlich wohl eine. Ja! Tobi, bitte lass die nicht rankommen. Bitte nicht. Nein! Curry Curry, was hast du? Hast du jedenfalls? Hast du jedenfalls? Ich kann nicht, Pan. Ich kann nicht, Pan. Ich kann nicht. Erik hat eh gewonnen, weil der irgendwas hat. Nein! Okay. Nein! Der hat eh so ne Special-Karte. Der hat schon wieder gewonnen. Ah! Toll! Ich hab kein Geld. Hä? Achso. Ah klar! Oh nein! Oh nein! Der hat mich manipuliert! Der hat mich manipuliert! Der hat... Du musst Manni jetzt nicht die Schuld geben dafür, Pan. Mann, ich kann da gar nichts für. Der Manni wurde poliert. Mann, ey, das ist so nicht zu glauben, da gewinnt der schon wieder, ey. Boah! Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich weiß schon genau, wie die Titel sein werden soll. Der mit der Geist. Ich protestiere so dermaßen, dass er aber gar keinen Titel nehme. Kein Titel. Ich besitze UNO bereits. Beste Programmierer. Oh, na gut. Ey Erik, jetzt haben wir mal gut hier mit dem Eingeschleiter, ne? Na gut. Ja, komm lass mal Curry auch mal drin. Ich komm gleich. Ach, ganz toll machst du das Tobi, hast du ganz gut gemacht Tobi. Ne, komm jetzt Lügen ist nicht Curry. Sorry. Ey, komm, nee. Rügen ist nicht Tobi jetzt. Da siehst du, jetzt haben wir schon wieder was vibriert. Hä? Immer wenn nicht. Doch, Gambit ist angeschlossen, aber ich benutze das gerade gar nicht. Ja, ja, dann vibriert das. Siehst du das immer, wenn du draufstehst? Das ist doch nicht normal. Erik, rot, rot, rot. Entschuldigung. Was mach ich denn jetzt? Tobi, wie sieht's aus bei dir? So plus zwei mis? Tobi, wie war es schon wieder ready? Ganz schlecht, Mann. Nein, gar nichts. Boah, wie sie sich hier abspricht mit anderen Leuten. Ja, krass, ne? Es ist einfach widerlich. Gott, eh, 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 eh. Ich hab's verpeilt. Ich hab's verpeilt. Ich konnte eh nicht. Hä? Was machst du? Hä? Was machst du? Was machst du? Hä? Was machst du? Hä? Was machst du? Also ich kann das Ruder noch umreißen, damit das mal klar ist. Ja, braucht ihr überhaupt gar nichts, was zu lachen. Ruder ist aber sehr groß und damit steuert man ein Segelschild. Was? Hä? 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 Ohhhhh, the baby, oh, where's the baby? Hä? Hä? worried about that. stehe es ist sehr spät ja nice fahren also geil keine sorge ich werfe mich schützen vor sich auf voll motiviert aus in deinem bild hey warum habe ich jetzt die karte gezogen blöd es ist spät schicksal es ist halt wirklich spät und gleich wollte ich noch stadtland fluss spielen ihr seid doch wahnsinnig dann macht doch mal jetzt war es zu wenig karten brando ria los geht nein es gibt was finanzminister aber jetzt wo du es gesagt das könnte man sich was denken curry das war nicht das ist ja vollkommen ehre geführt okay das ist gut was das gar nicht auf mich abwälzen hier natürlich wälze ich es auf dich ab ich bin gleich brandon ist der jackie wie ich verarschen curry ich werfe mich schützen vor dich danke das ist überhaupt kein problem merkt dass wir uns alle gegenseitig füreinander einsetzen ist schön oder ja immer so aber nur für die sekunde danach sind wir beide außer paaren die ja strategisch vorgeht und alle kaputt machen will ja das ist der richtige der die ganze gewonnen hat hier kein wort verscheiden nur aus versehen ich stolpere so rein der erik kennt das wenn ich so rede der versteht das die panisch wie so lecker der älster immer und dann klaut sie immer alles essbare und fliegt zu ihrem nest und knattert da noch weiter ach man das ist doch nicht wahr oh shit toby mama grün toby kommt jawohl das ist mein grün das mein toby gelb ist die farbe des sommers ach geil war nice ja geil also ja nice ja mein auge tränen ja auch aus jetzt legen können der behalten ja natürlich behalten wieder sich wieder zum schluss übrig haben damit er dann wieder die legen kann also wenn es einer gewinnen sollte dann drückt der toby auf jeden fall was brauchst du eric für eine farbe gelb ist okay kann ich aber nicht bleiben klar ich kann aber jetzt hat toby doch grün ja wie der toby immer gewinnen warum soll ich denn weil ich eine karte ich bin dem toby vielleicht auch einen sieg hast du doch das ist aber ehre ihres spiel ich krieg sein augen sag mal curry was heißt denn sf currywurstel was ist denn sf der currywurstel der currywurstel der currywurstel der currywurstel super fika San Francisco Currywurstel play nation war das früher ja ja schon ewig einfach nur ja es ist über weg bei dem mein name vergeben ist oder ich manchmal die auf twitch meinen eigenen account meine daten nicht mehr weiß und die hießen die coolen cod die kitz nicht früher wie so xx und dann den nacken und dann nochmal xx hd quickscope xx pan ist also auch so eine ich habe früher viel counter strike gespielt ganz ja ich hatte auch einen eigenen clan oh pan was nicht erwiesen der face acc anti cheater clan ich habe es nie getan acc anti cheater clan das ist ja damals das gibt es doch gar nicht ich habe nichts aber ich kann ich kann verzögern ich bin voll auf gelb doch ich habe gelb ich habe gelb gibt mir gelb waren wie sie das bei dir nicht aus ja regulär so ganz casual das ist voll raten bei der farbe hier zu bleiben weil ich brauche gelb mit dem gelb ich opfer mich achtung das vier bitte plus vier ja du hast es plus vier karten doch gesagt ich auch gelb ja hier kein problem ist klar das habe ich verdient nein ich habe kein rot wieso rot du weißt schon dass er nur zwei karten hat also und ja das kann auch heißen dass du das nicht ja da ich ja dann auch dass man da kann man auch mal gucken nein nein okay jetzt haben wir verloren jetzt habe ich noch verloren weil er hat sich das hier ich kann nichts machen kann er hat eine fahrzeuge was wollen wir machen aber ich kann den hier machen okay rauszögern das ist kritisch bahn das ist kritisch das ist kritisch das ist kritisch nein nein ist zu beweilen ob ich sie in tobi noch eine reinwirkt das ist so gemein er sagt es ist moin freunde aber du hast doch nein habe ich nicht ich habe wirklich nicht aber nein ich hatte nicht mal jetzt leg doch die richtige karte da was soll das denn tobi jetzt hör doch mal auf mit dem kack spiele ja man was soll denn die scheiße ich bin jetzt sauer nein 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 ich hatte ganz kurz angst ich würde halt gerne mal curry da oben attackieren aber irgendwie geht es nicht zu ach so entschuldige bitte ich dachte es reicht schon ja reicht doch wir sind dann gleich aufwärts alles so ein ehrenloser kleiner elefant tobi jetzt das aber elefant das ist schon hart er muss ich jetzt mit großen ohren er kann fliegen bumbo kombinator also da muss ich wirklich das da muss ich da ich bin empört ich bin empört für die tiere ich liebe tiere deswegen liebe ich auch tobi tobi lässt das nicht gefallen ey krault sie manchmal hinterm örtchen ja und dann sagt er immer mit seinen beiden ganz schnell jetzt ist hier aber stimmung stimmung im haus hier einfach mal verteidigt ja was soll ich mache ich kann nicht legen ich bin ein elefant du hast doch so viele haule plus vier mann na klar was war das für den fetten elefanten du arsch ich liebe fette elefanten fette elefanten sind super außer du du schwabbel schwein ihr fettis ey du altes thrombosebein ey aber nur eins und das ist für das thrombosebein ja da hast du gedacht ne jetzt bin ich raus du lass jetzt noch pass mal auf was ist das das ist deine urinfarbe da drunter ist die vom eric komm eric wünsch dir was ist blau okay oh hä 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 das ist ja super lieb danke du das wäre zu offensichtlich gewesen das wäre echt langweilig gewesen tobi du na du na alles klar okay dann lass uns doch jetzt mal ich hab ich jetzt mal ich hätte auch so besonders gefühlt was raus für eine farbe sag mal kurz das ist egal curry wirklich achso ist egal nein dann sind wir weg ciao ciao es war schön solange es werte victory und jetzt wieder die wünschenskarte so weit jetzt ist die frage hat er wirklich rot leute hat er jetzt wirklich rot oder hat er vielleicht auch lieber grün danke erika das nice fahrern ey fahrern ganz kurz kannst du hier so ich kann leider nicht weiterführen kannst du nicht ne leider nicht aber das ist gut ne ne das ist gut dass du die ach ne ich kann ich nicht legen ne kannst du nicht nö ach schade ne was soll ich denn da jetzt machen okay er hat kein jetzt 1 plus 4 alles klar 1 plus 4 alles klar und kein wann kannst du jetzt mach grün echt jetzt vertrauen nein aber doch nicht dieses grün kann ich doch nichts machen dann kann ich doch nichts machen oder mal mach grün ich dachte mir warte das ist immer eine grüne karte man mach grün jetzt kommt er die plus 4 Tobi hat gewonnen na gut okay hoffnung besteht noch leute boah ist ja entspannt Tobi ich hoffe du gewinst nein das war's ach komm boah was ist denn mit dem man okay ich dachte Hä? Hast du nicht ne plus 4? Ne, also glaub ich ne plus 2 oder so hat der gezogen. Gut aufgepasst, Kevin. Ja, alles klar. Ich kann jetzt Game Roof spielen, Tobi, ich passe mal. Sag mal, sag mal. Du hast das Spiel prinzip nicht verstanden, glaub ich. Hm, ach so. Kann man weniger Karten haben? Ja, 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 natürlich. Ach so. Man kann! Mann, ey. Tobi, was wünschst du dir für ne Farbe? Komm, sag. König, das ist vollkommen egal. Och, sag doch einfach. Ich hab drei verschiedene Farben, was soll ich dir denn sagen? Ja, bestimmt will ich die eine, die du nicht hast. Rot. Ne, die hab ich. Ach so. Aber ich nicht. Hm. Hey, was sagst du denn? Mann, sag doch mal was. Okay, Tobi, es tut mir leid. Den Grün. Hä, warum, Tobi? Der Tobi braucht mal ein bisschen Entspannung. Ja, der braucht mal ein bisschen Sängel. Ah. Ist das ne Arschreise? Kann man so sagen. Ah, ist klar. Kennt ihr das Wort Sänge nicht? Doch, ich kenn das in dem Zusammenhang zumindest. Boah, Alter! Tobi, kannst du wieder den Briefkasten-Rage machen? Das wird völlig voll cool. Fuckin' einer Garte, Mann. Oh, Tobi, ja, das Leben ist erst dann vorbei, wenn es halt rum ist, ne? Wow. Das reicht schon für ein YouTuber-Buch jetzt. Ja. Süß. Der letzte Lacht so lang. Der letzte Lacht am längsten, Lui, war das, ne? Oh, guck mal hier. Erich, was willst du da haben? Grün. Mach doch mal rot, mach doch mal rot. Das ist gut, weißt du, hab ich vorhin die ganze Zeit drauf gewartet, ne? Ey, Pahn, kannst du oder was? Oh, Tobi der Liebe, komm, let's go. Äh, ich könnte etwas machen, aber jetzt gerade aktuell nicht, nein. Okay. So, ja, warte mal, doch, darf's, darf? Nein, Pahn, Pahn, ähm, 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 komm, ey. Nein, nein, bitte, bitte kein Karma, bitte, oh. Ich dachte gerade, ey. Oh. Ich hasse euch einfach. Dieser dreckige Haufen, der sich Havis Kuh nennt, widerliches P... einfach nur. Ey, der ist gleich da drin, das kann super. Oh, eins ist die auch. Ja, ich auch. Oh, die Nummer eins. Ich mach die Nummer zwei. Dann bauen wir die drei, Leute. Hey, Tobi. Ja, ich hab auf der Baumschule gelernt, sorry. Oh, cool. Oh, nice. Wow. Und sonst so bei euch? Ja, ist geil. Kommt die Pahn und liegt der Grün? Ja, das versteh ich auch nicht. Ich versteh's auch nicht. Wir bleiben jetzt bei einem kleinen Punkt. Ja, nice. Vier, fünf, sechs. Sieben, Pahn, sieben. Sieben. Tut mir leid. Fahren wir auch auf der Baumschule. Ey, Tobi, was soll das denn jetzt? Oh, nö, Tobi, Mann, ey. Ja, ich dachte vielleicht, dass die Pahn auch drauflegen kann, Mann. Ja, ja, kann nicht. Alles gut. Oh, ey, guck mal. Oh, ey, guck mal. Das spiel ruhig allen dem Tobi zu. Toll. Erich ist mir dir zu. Der Tobi. Okay, dann doch nicht. Habe ich auch verstanden. Oh, da sind wir wieder. Zwei Karten. Dann Tobi wieder nur zwei Karten. Jetzt geht's wieder los, Tobi. Komm, Pahn. Ja, nice. Hey, das ist doch lustig. Hä? Bräuch. Oh. Toll, danke Tobi. Wenn er die jetzt zuerst legt, dann hat er ja noch eine. Wow. Puff. Pff. 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 Ah. Ja, der. Der hat einen jetzt noch. Der Tobi hat er gewonnen. Oh mein Gott. Warum? Das bringt ja sowieso nichts. Der hat ja gewonnen. Komm Tobi, mach. Was? Ey, willst du mich verarschen? Was machst du denn? Der Erik hat nie sonst ne Vierer-Karte. Wieso hast du die plus vier gelegt? Soll ich Karten ziehen und dann auf einmal zehn auf dem Stapel haben? Das ist doch Schwachsinn. Komm Tobi, leg mal was grünes jetzt. Erik. Das ist ja so ne Änderungsrunde, alter. Aber hier komm. Oh nice. Geil Tobi, du bist richtig. Oh, ich mag das. Danke dir. Ey, kommt Problem Erik. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann legen sie noch heute. Der Erik gewinnt jetzt. Das glaub ich nicht. Nein, der Tobi muss gewinnen. Gewinnst jetzt Erik. Jetzt gewinnst du Erik auf. Curry, Curry, komm. Hä? Hä? Mein Gelbbild ist runtergefallen. Hallo? Ich kann die Maus nicht mehr benutzen. Mein Gelbbild ist runtergefallen. Dieses Spiel ist so scheiße programmiert. Fächer Pavia hat's mit seinem Arsch eingetippt, Mann. Kann man jetzt einen Rotz programmieren. Ich kanns nicht mehr steuern. Ich kann das Spiel nicht mehr... Jetzt bin ich wieder drin. Toll. Alter. Wie viele Inzest gezüchtete Paviane muss man beschäftigen, um so einen Scheiß mit dem Arsch zu programmieren? Alter. So. Entschuldigung. Das spielt jetzt so viele Bugs einfach. So. Hier, Rose, ihre Größe. So. Ey, Partner, sag mal, hast du irgendwie was gegen mich oder was? Und dann auch noch grün. Und es hackt. Gott. Gott. Zwei Folgen lang musst du auf dem Thumblader-Typ, ey. Was soll ich machen? Wer braucht denn, wer braucht denn... Wer braucht denn ein fucking Gamepad bei UNO? Für Sheetcodes. Oh. Oh. Diese Runde wird niemals enden. Ich sterbe einfach gerade. Oh. Ich sterbe einfach komplett. Ja, ich bin auch voll am Arsch. Ja, endlich grün. Geil. Was my life into pieces. Das ist my last resort. Das passt so gut zusammen, aber zahl, ey. Glaub an meine Worte, Erick, du gewinnst jetzt. Alles klar, nice. Tobi, lebst du noch? Ja. Wollte keine Luft mehr, ey. Was für ne Aufnahme heute? Na, ich kann ja auch nie mehr, ey. Oh. Nein, Mann. Oh Gott, ich... Oh. Der... Boah. Ich hätte Angst, dass... Oh nein. Oh! Oh nein. Hey, Tobi. Kleine Problem, Paar. Ich fang das für dich ab. Tobi, nein. Tobi, oh Gott, nein. Der Tobi klingt auch noch mega motiviert. Komm, Happy, Happy. Warum dauert diese Runde so lange? Ich hab keinen Sauerstoff mehr. Meine Nahrungsmittel sind ausgegangen. Wie oft war ich schon bei zwei oder einer Karte? Ich glaub dreimal oder so, ne? Hoffnung, Hoffnung. Ich hoffe auch, Paar. Kann bitte jemand gewinnen? Das tut mir leid. Es ist egal wer. Die Ohnung hat mich verlassen. Das ist ganz egal wer. Wann und ist ja los, ey. Das ging doch immer, ey. Wenn jemand gewinnt, haben wir alle gewonnen. Curry, so gewinnt man nicht. Ach, scheiße. Ich dachte, du kannst vielleicht, das wäre lustig. Nein, nein. Ja, alles schon so. Oh. Ich kann schon lange nicht mehr. Tobi, das ist leider noch mal. Der Curry darf nicht ankommen, ey. Hey, was soll das denn jetzt? Das ist gar kein Problem. Ich beschwere euch, dass keiner gewinnt. Und dann kommt sowas an oder was? Also, ich bitte. Der Kampfgeist ist halt noch da. Curry, gönne es dir. Und uns. Wenn wir endlich einen Gewinner haben. Komm schon. Das gönne ich uns allen. Mach mal nicht gelb. Oh, schade. Danke, Paar. Danke. Danke, Paar. Alles klar. Der Bluff. Oh nein, wie viele Karten zieht der denn, ey? Wo ist die Maus? Alter. Es ist wichtig, bei UNO ein Vibrationsalarm zu haben. Tobi, du Arschloch. Warum, Tobi? Witzel, warum tust du uns? Hier, Erik, du darfst gleich noch mal. Komm, wir nimm. Erik, jetzt komm, gönnen wir eins. Tobi ist auch so eine abgekärcherte Abtreibung. Nein, Tobi, ich hab dich nie. Wow, Paar. Es ist dein Ernst, ey. So können wir auch nicht aufhören. Echt? Ich will nur, dass das Spiel vorbei ist. Lass uns vorproduzieren. Es soll zu Ende gehen. Komm, Erik, komm. Komm, Erik, komm, jetzt komm. Jetzt ist dein Moment. Was brauchst du? Hast du noch gelb? Lass mal gelb laufen, komm. Jawoll, jetzt ist es soweit. Hast du noch gelb? Nee, äh, rot. Ja, das kann ich leider nicht machen. Guck mal, leider. Aber Paar braucht ja auch noch Karten. Hä? Ja, das geht auch. Nein, die lege ich nicht. Nee, nee. Hey, Freunde. Ich hab mich nur zwei grad bekommen. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Komm, tschüss hier. Komm, nehmt das mit nach Hause. Tschüss. Oh, rein. Riecht echt gut. Ja, das war Uno. Jetzt hab ich auch wieder, es ist wie KFC, ich habe zwei Jahre genug davon. Nee, nee, raus. Raus. Ach komm, eine Runde können wir noch. Nee. Ich mach mal Alte 4. So. Ich komm, ich kann ja eh nicht aus dem Spiel disconnecten, weil ich ja immer das Spiel stürzt ab. Ich bin raus. Ich bin jetzt tot. Oh, sogar bei Alte 4 stürzt der ab. Nee, ich bin jetzt tot. Da muss er jetzt was schaffen. Wow. Wow, das ist, hm. Ich bin tot. Ich bin tot. Qualitätsprodukt, hm, hm. Ja, ja, da läuft's ja. Cool. Tja. Hab ich schon auf, gerade aufzunehmen. Ja. Nö, ich nicht. Doch, ich auch. Ja? Ja. Ja, dann tschüss jetzt, ne. Ciao. Warte, ich will das auch machen. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ja? Ja. Ja, dann tschüss jetzt, ne. Alter. Das war aber nicht mit der Hand. Das war nicht mit der Hand. Nee. Nee. Das war so eine Rinsensuppe-Essig-Furz. Ich kann das gar nicht. Das ist die letzte Suppe, ey. Das war so furchtbar. Mach jetzt mit beiden Händen vor dem Mund. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Das war eine Rinsensuppe-Essig-Furz. Das war eine Rinsensuppe-Essig-Furz. Das war eine Rinsensuppe-Essig-Furz. Keine Rinsensuppe-Essig-Furz. Hey, voll der Nachdenkliche. Okay, ich gehe jetzt auf. Ich gehe jetzt weg, Alter. Wie macht man? Warte mal. Wie macht man das? So. Was? Mal noch einmal... Ah, so ein kleiner Nachzügler. Ich weiß, muss man... Wo machst du das denn? Hä? Mit der Hand? Nee, das ist langsamer. Das klang zu realistisch, das klang zu realistisch. Für Tobi ist das ein ganz normaler Dienstag. Mach dir irgendwas, ich dachte wir sind schon fertig. Das ist immer nach der Aufnahme, weißt du, warum fünf Stunden aufnimmst, alles raus. Ja, alles klar. Ach ja, ach ja, ach ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hä, hast du das aufgenommen? Natürlich hab ich das aufgenommen, was ist das denn? Ja, klar, ich doch auch. Hä, na klar. Wir sitzen hier gerade einfach und fußen hier rum. Das ist der wertvollste Content 2019 auf meinem Channel. Wir machen noch schlimmere Sachen manchmal. Was, was, was? Und jetzt ist es Pan peinlich, weil sie wirklich gefurzt hat. Ja, krass. Nee, nee, das darfst du nicht hin. Tatsächlich nicht. Ja, okay, jetzt aber tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 those